Seit gestern ist der Einsteig nun sozusagen für mich Geschichte. Gestern in Bonn eingelaufen, vor einigen Tagen mehr in Wiesbaden gestartet, habe ich die Strecke nun hinter mich gebracht und hier mal so ein bisschen ein kleines Fazit. Ja, die Streckenführung, die ist eigentlich überwiegend toll, muss man sagen, aber auch ziemlich fies, denn es geht ordentlich rauf und runter, auch wenn man so die absoluten Höhenzahlen anschaut, das nicht so wild klingt, das geht dann hoch auf 250, 300 Meter, aber man startet halt auch sehr tief unten und es war deutlich anstrengender, als ich mir das so vorgestellt habe. Man wird immer wieder mit tollen Aussichten auf den Rhein belohnt, die sind wirklich gigantisch, da zieht sich unten im Tal lang die Schiffe, fahren rauf und runter und ja, das ist einfach gigantisch. Wenn man später die Fotos anschaut, dann sieht man schon, dass sich die Aussichten selber immer ähneln, so einen Effekt hatte ich auch in Südengland schon bemerkt, man kommt ums Eck, ist begeistert, macht ein Foto, wenn man es nachher auf dem Foto sieht, sehen die eigentlich alle so ein bisschen ähnlich aus, das tut dem Ganzen aber auch keinen Abbruch, weil das ist also wirklich in keiner Weise negativ. Ja, das ganze Unternehmen reinsteigt, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das vorgehabt hatte ursprünglich. Ich hatte erst geplant, auf Campingplätzen zu übernachten, auch mal draußen zu pennen, vielleicht so in Waldhütten und ja, schon nach wenigen Tagen hatte ich enorme Schmerzen an den Fußsohlen, bin dann in ein Sanitätshaus, anscheinend komme ich langsam in das Alter gegangen und dort hat man dann quasi diagnostiziert, Plantarfaszitis, Fersensporn, zum Glück hat der Chef da aus Standardsohlen da was gebastelt, mit dem es dann weiterging. Ich habe aber gemerkt, dass das Gepäck einfach viel zu schwer ist, ich habe dann das ganze Campingzeug heimgeschickt, hatte natürlich die Folge, dass ich dann jeden Abend in Pensionen und Hotels übernachten musste. Das hat zum einen zwar recht gut geklappt, das waren zum Teil auch sehr schöne Pensionen und Hotels, um Koblenz herum war es manchmal schwierig eine Übernachtung zu finden, da war es auch eher teurer und das ganze, ja das hat natürlich das Reisebudget auch ziemlich strapaziert, weil normalerweise wäre das die ganze Wanderung eben auch günstiger geworden, wenn man eben entsprechend so hätte übernachten können. Aber das Schlafen der Rosen bzw. im Zelt machten auch andere Dinge ein bisschen schwierig und zwar zum einen gibt es relativ selben Campingplätze, klar man kann auch wild übernachten, wenn man das anständig macht, finde ich das auch okay, sprich nichts zurücklassen, ja für sein Geschäft ein Lochbuddel, Leute, ausreichender Tiefe, hatte ich alles dabei. Nur ist es so, dass man halt auch recht viel Wasser dann am Abend braucht, zumindest ich wasche mich gern so ein bisschen, möchte noch genügend abends zum Trinken haben und das ist gar nicht so einfach gewesen, entweder hätte man das Wasser mitnehmen müssen, zumindest am Anfang waren quasi alle Bachläufe vertrocknet, da gab es also nichts und ja, ich hatte so einen Wasserfiller noch dabei, habe die erste Nacht dann auch noch vom Brunnen drei Liter Wasser extra mitgenommen und das haut halt wirklich auf den Rücken nochmal rein, drei Kilo mehr. Dann ist es oft so, dass die, wie sagt man, die Geländestruktur so ist, dass es halt irgendwie auf der einen Seite runter geht und auf der anderen Seite hoch, ja, finde da mal eine Stelle zum Zelt aufstellen. Kämmerplätze, wie gesagt, relativ selten. Dann ist es ja so, dass der Outdoor-Youtuber Sagi, der hat dann in diesen Waldhütten gepennt, da war es allerdings so, ich bin ja den Weg sozusagen umgekehrt gelaufen, er wird immer von Bonn nach Wiesbaden angegeben, ich bin von Wiesbaden nach Bonn gelaufen. Am Anfang waren die Hütten sehr, sehr selten und generell sind die halt auch so ein bisschen, ich mag da ein bisschen eigen sein, auch so ein bisschen muffelig, dreckig. Manchmal wurde das Geschäft direkt hinter der Hütte gemacht, es schlingt eigentlich fast ein bisschen. Man könnte sich vielleicht noch einen Baumarktplan oder sowas mitnehmen, um draufzulegen, dann ginge das schon auch. Nur ist es dann halt so, ja, also es ist jetzt September, es wird meistens so um 8, kurz vor 8 beginnt es dunkel zu werden. Man müsste dann eigentlich die ganze Wanderzeit so ein bisschen dann auch quasi verändern, also dann vielleicht eher so fast schon gegen Mittag anfangen und dann bis spät in den Abend laufen. War jetzt auch nicht so meins. Ich habe halt einfach auch nicht die Kondition, wirklich von morgens bis spätabends zu laufen. Das ging jetzt leider nicht. Ich habe mir auch hofft, dass die Kondition im Laufe der Strecke besser wird. Das war leider so auch nicht der Fall. Also das mit den Hütten, das war für mich selber auch nicht so wirklich eine gute Idee. Der Rheinsteig war für mich die Alternative zum Camino Portugies. Ursprünglich hatte ich den Camino Portugies, also den portugiesischen Jakobsweg geplant, in der gleichen Zeit. Das war aufgrund von Corona nicht mehr möglich. Ein Rückflug hätte nicht mehr stattgefunden. Insofern musste ich jetzt also hier der Rheinsteig hier erhalten. 2016 bin ich schon mal den Jakobsweg, den Nordweg ein Stück weit gelaufen. Und im Vergleich dazu muss ich sagen, hat man sicherlich nicht die Art von Begegnung, wie man sie auf dem Jakobsweg jetzt hat, hier auf dem Rheinsteig. Aber gerade so im ländlichen Gebiet, die Leute sind sehr, sehr freundlich, sprechen einem auch an, woher kommst du, wohin willst du. Man hat Kontakt. Ich hatte in einer Pension, die war privat geführt, auch sehr viel Hintergrundinformationen von den Vermietern bekommen, so zum Ort. Das war, muss ich sagen, ähnlich toll. Insofern war der Rheinsteig also eine würdige Alternative, auch wenn es natürlich mit dem Besuch des Sanitätshauses nicht ganz so lief, wie ich mir gedacht habe. Ja, Heike meinte auch dann kurz vorher, ja, das war der letzte Abend, genau, da waren wir in so einem Weinhaus was essen. Ja, jetzt sitzen wir da, sind da, wo die ganzen alten Leute Ferien machen und essen dann auch noch Vanilleeis mit Eierlikör. Also da sonst die Alten auch so gerne essen. Ja, aber macht ja nichts, man wird halt auch älter und es hat auch geschmeckt, das ist das Wichtigste. Und es ist wirklich, muss ich sagen, ein sehr toller Weg, man ist viel draußen, war schon lange nicht mehr so, ja, man sieht es auf dem Video nicht so, so braun. Man sieht hier vielleicht den Unterschied hier zu den Armen, na gut, ist das Licht noch. Und ich muss sagen, ja, es war es wert, hingegangen zu sein, auch wenn er jetzt ein bisschen teurer wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich freue mich nach wie vor, den wirklich komplett auch gemacht zu haben. Ja, mal schauen, wie es jetzt wird, wieder zurück auf der Arbeit. Gestern in Bonn, nach ein paar Minuten waren wir die vielen Leute einfach viel zu viel. Also unterwegs hatten wir Phasen, wo fast niemand unterwegs war, wo ich noch allein am Anfang unterwegs war, war, da habe ich kaum jemanden getroffen. Dann halt bei den größeren Städten zwischendrin und Koblenz rum, klar, da hatten wir wieder mehr Leute um sich an den Feiertagen. Es gibt so Tagesausflügler. Generell scheint es mir so, dass relativ wenig Leute den Rheinsteig komplett laufen. Viele, mit denen wir gesprochen haben, die machen bloß Teilstücke. Ja, ist ja auch okay. Aber wie gesagt, ich hole mal komplett einen Laufen, habe ich jetzt gemacht und freue mich. Ja, wie gesagt, ich habe ihn eigentlich umgekehrt gelaufen. Er wird immer von Bonn nach Wiesbaden angegeben. Er ist recht gut ausgeschildert, auch in der anderen Richtung. Teilweise gibt es mal Ecken, wo nicht ganz so gut ausgeschildert sind. Es liegt vielfach aber auch daran, man ist dann, gerade wenn man, ich habe gemerkt, wenn man müde ist, dann sieht man das Zeichen nicht mehr so. So, empfehlen würde ich die beiden Karren Rheinsteig 1 und Rheinsteig 2. Außerdem hatte ich auf dem Handy die App Heiker, Heiker mit 2i, wo der Rheinsteig als Dreck schon mit drauf war. Aber der hat sich zum Teil in der Nähe von Bonn dann ein bisschen von dem tatsächlich ausgeschilderten Verlauf entfernt oder hat davon abgewichen. Das war aber nicht wirklich weiter tragisch. Das waren immer nur irgendwie Parallelwege. Und dann ist es auch so, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich bin nicht im Detail immer den Rheinsteig gelaufen. Teilweise habe ich andere Varianten genommen, die ein bisschen einfacher waren, gerade wo mir der Fuß so weh tat. Die Möglichkeit besteht, also dass man auch mal abkürzt und finde das auch legitim. Wichtig war für mich einfach die Strecke von Wiesbad nach Bonn komplett zu laufen. Und das habe ich erreicht. Ja, bei sonstigen Fragen gerne unten in den Kommentaren. Dann kann ich dazu nochmal ein weiteres FAQ-Video machen, falls gewünscht. Vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, falls es noch nicht geschehen. Ich freue mich auch über ein Like. Mach's gut, bleib gesund, bis bald. Ciao.